Zeit für ein Duell Na? Ryo Assl Ok, wir nehmen mal heute Platz Oh, gewinnen sogar Perfekt, auf geht's Können wir als Erster anfangen Sehr schön Mal gucken, was wir für schöne Karten kriegen Los geht's So, was haben wir denn schön Ok, wir haben Kinesischen Soldaten Den Schneemann Gepanzte Biene Abhören und Karatehund Ist doch nicht schlecht So, Abhören können wir einmal legen Würde ich sagen Und den Schneemann setzen wir mal in Verteidigungsposition Mit 1900 Eine sehr gute Verteidigung Und wir benden nicht Ryo, du bist dran Was machst du denn, Schnee? 1500er Monster Nicht schlecht Greift natürlich an Kannst erstmal 400 Schaden Und können deine Monster zerstören Weg Wunderbar Ok Liegt eine Fallenkarte oder Zauberkarte Ok, sehr schön Wir haben nochmal gepanzert, Sabine Dann würde ich sagen Spiel mal mit Karatehund Und greifen einmal an 1800 Für Karatehund Ich greife sie direkt an Auf die Lebenspunkte Bam Sehr schön Und wir benden uns dazu Wir haben jetzt schon mal zwei Super Karten würde ich sagen Eine gute Verteidigung Und auch eine Angriffskarte Ok So, wollen wir mal gucken Was sie jetzt macht Wir kriegen Flippi-Win Ja gut Flippi-Win können wir mal legen Verdeckt würde ich sagen Können wir den Effekt gleich ausnutzen Und greifen mit Karatehund einfach an So, zack Auf die Karte Uh, okay Wir kriegen 200 Schaden Ja gut Ist ja kein Problem Wir können ja mit Pinguinen gleich die Karte wieder auf die Hand packen Das ist ja gar nicht so schlimm 1.300 Okay Was machst du da noch Na, machst du eine Fusion Okay So, ein Wächter 1.600 Okay Okay Nicht schlecht, nicht schlecht So, okay Du kannst ein Monster zerstören Ah, unsere Verteidigung Okay Okay Ist doch gar nicht nur verkehrt Oh, machst du ein Monster gleich stark, ne Uha, 2.800 Okay, Artica Geht auf 0 Wir kriegen 100 Schaden Das ist gar kein Problem Wir sind ja auf Pinguinen Dann können wir die Karten jetzt hier Einmal die Karte Und die Karte wieder ins Deck packen Wunderbar, zack Deine Karten sind weg, Rio Ha, hast du dir gedacht, ne Wir haben nur 100 Schaden gekriegt Gut Wir haben ein schwarzes Loch gekriegt Ich würde sagen Spiel mal mit Cap Hans Sabine 1.600 Wir greifen dich direkt an, Rio Was sagst du denn dazu? Direkt auf die Lebenspunkte 1.600 Schaden Bam Ha Wir haben ein sehr starkes Monster einfach Mal gucken, was du jetzt machst hier Was kannst du überhaupt Und Hier ist ein Monster Verdeckt Okay Wahrscheinlich wieder Wir haben wieder Kartehund Ja, Kartehund können wir mal spielen, würde ich sagen Wahrscheinlich ist das wieder Das Monster mit 2000 Verteidigungspunkten Wir schauen mal Und Mit 2000 Verteidigungspunkten Kriegen wir 200 Schaden Ist okay Wir haben ja Zwei Monster hier Wir haben noch schwarzes Loch Können wir auch noch Benutzen Okay, liegt noch ein Monster Wir haben Flammipatschi Ja, können wir da auch mal spielen 1.850 Du Flammipatschi Jetzt kannst du mal eingreifen Greif mal auf die versekte Karte an da Zack Weg damit Wunderbar Und wir bänden dazu Wir haben jetzt mit drei starke Monster Rio Was sagst du denn dazu? Du hast nur eine Karte als Verteidigung Oh, ein Cyber High Okay Okay Dann kriegen wir 500 Schaden Okay, nicht schlecht Nicht schlecht Hm Gut, wir können aber trotzdem nochmal Biene spielen Okay, dann können wir den Effekt ausnutzen Aktivieren den Effekt Und setzen dann Cyber High hier die Hälfte runter Äh Wir sagen kurz Nein Und dann greifen wir einfach mit Flammipatschi an Und geben dir mal ein bisschen Schaden hier Zack Dann kurz Nein 800 Schaden Wunderbar Und wir bänden alles so Was wird nur eine Verteidigungskarte hier Mit 2000 Können wir auch gleich zerstören Nix wieder in die Karte verdeckt Okay Wenn wir jetzt noch DNA-Aberitzung kriegen würden Wäre es gar nicht so schlecht Die Grube können wir überlegen Und greifen mit Flammipatschi an Flammipatschi ist aber im Moment das stärkste Monster Und zack Dann kurz Nein Weg damit Und wir bänden uns zurück Heo, was machst du jetzt? Verteidigung sehe ich nur noch Und da Ich will jetzt auch mal angreifen 1200 Okay Okay Warum kriegst du Ähm Äh ja Wir haben eine Grube hier Können wir aktivieren Ryo Und zerstören die Karte Das macht ja irgendwie keinen Sinn oder? Du hast so viel Schaden gekriegt Hm Okay Okay Wir haben unseren Ritter doch gekriegt Ja Ritter können wir doch einmal spielen würde ich sagen Ich glaube Ryo Du hast verloren Wir können jetzt mit Flammipatschi einmal direkt eingreifen auf die Lebenspunkte Und wir haben gewonnen würde ich sagen Tja Hättest du das eben nicht gemacht gehabt Das war ein Fehler von dir Ja Hättest du vielleicht eventuell gewonnen Und liebe Freunde Ich wünsche mich erstmal wieder dass ihr dabei wart Gebt auch noch ein Video Daumen hoch wenn es euch gefallen hat Abonniert den Kanal Aktivierkogodex Wenn ihr nichts mehr verpasst Wenn ihr mich mega freuen Wenn ihr mich mega nutzt ist Wenn ihr mich mega freuen wenn ihr das nächste Mal bei seid Wenn ihr das heißt in einer weiteren Folge Dann bedankt mich erstmal Und sag auf Wiedersehen Ich hab gesehen du warst noch nicht auf dem Weg Aber los jetzt